Harry sagt Hallo und guten Tag zum aktuellen Wetter hier in Maspalomas. Heute am 12. September 2021. Ja, wir fangen heute mal hier an und zwar die Gegend. Hier unten im Campo International für Fahrradfahrer sehr gut geeignet, aber auch für behinderte Menschen oder die mit Gehhilfen haben oder einen Rollator. Und zwar zum Beispiel auch hier die renovierte Anlage Club Maspalomas Suites & Spa. Da kann man also sehr, sehr gut unterkommen. Das sieht man auch in der Beschreibung, in der Hotelbeschreibung. Also hier zum Beispiel, wer das Hotel nicht mag, der ist hier gut aufgehoben, auch wenn er eben mit dem Laufen ein bisschen Probleme hat. Und wir haben hier sozusagen ebenerdig bis zum Strand. Das heißt, er muss oder die Menschen müssen keine Treppen steigen oder große Höhenunterschiede. Man kommt hier ebenerdig zum Strand von Maspalomas. Und ich finde, das sollte man vielleicht dann auch berücksichtigen. So, das aktuelle Wetter. Jetzt im Moment sind 26 Grad. Wir haben jetzt 11 Uhr und ganz leichten Wind. Höchstwerte heute wieder um 30 Grad. Tiefstwerte nachts 21 oder 20. Dann Sonnenaufgang um 7 Uhr 46. Und um 20.11 Uhr ist der Untergang. Sonnenuntergang natürlich. Schauen Sie sich selber, wie man hier wunderbar bequem mit dem Fahrrad fahren kann. Und natürlich laufen auch. Auch ausreichend Schatten. Man kann sich auch mal hinsetzen hier. Vielen Dank jetzt an dieser Stelle fürs Video teilen, fürs Abonnieren, fürs Weiterleiten der Video. Da höre ich immer wieder, dass viele Menschen dann sagen, ja, so bin ich auf den Kanal gekommen durch Freunde und Bekannte. Und natürlich die Kommentare, die netten. Die Beantwortung der Kommentare. So, wir fahren hier vorbei am Maspalomas Princes. Auch eine sehr beliebte Anlage hier. So, ich habe gerade hier gefragt beim Princes, ob ich hier reinfahren kann. Das darf ich nicht, denn die haben hier auch all inklusiv. Aber haben auch Frühstück nur, beziehungsweise Halbpension. Also hier kann man alles wählen, was man möchte. Sehr schöne Poollandschaft auch. Hier ist der Pool, da kann man mal ein bisschen gucken. Mit Wademeister da oben. So, mal ein bisschen reingucken hier. Ein bisschen neugierig sein. Ja, zu indiskret will ich natürlich auch nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr beliebt bei den Menschen, bei den Gästen hier. So, und die Gegend werden viele von euch nicht kennen. Hier ist Maspalomas Oasis Club. Hier kommt man auch nur rein, wenn man weiß, wo man hin möchte. Fortuny Resort. Das scheint eine private Anlage zu sein, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht eine Timeshare Anlage. Kann man ja ganz leicht googeln. So, hier der wunderschöne Blick auch wieder auf die Berge. Vier Sterne Plus heißt es hier. Calderones, Los Calderones. Ja, der Name ist mir jetzt ehrlich gesagt neu, weil ich hier auch gar nicht so oft in die Gegend komme. Dann hier Green Oasis, die Anlage, die ist natürlich schon viel länger. Ja, und ihr seht, alles wunderbar, ebenerdig zu Fuß. Mit dem Fahrrad bestens zu erreichen. Ja, auch hier einige Camper, die hier stehen. Das ist der Nebenarm von diesem Barranco, der beim Prinzess da rauskommt. Sozusagen die Verzweigung. Ja, da war früher auch, glaube ich, all inklusiv in dem Green Oasis Club eine Hotelanlage. Aber mittlerweile privat. Also die Bungalows sind privat und werden teilweise vermietet. Oder dann selber genutzt. Ja, ich habe guten Willen gezeigt und wollte hier fragen an der Rezeption. Aber hier ist niemand, wie ihr seht. Hotel Vier Sterne, das ist das Zeichen hier. Ja, keine Chance, da ist niemand in der Rezeption. Und dann gehe ich da ganz einfach wieder. Los Calderones. Ganz einfach zu merken. Los Calderones, Hotel & Suites 4+. So, eine Frage mehr. So, ich war hier gerade drin. Fortuni Resort. Also, das ist kein Privatclub. Den kann man überall buchen auf der Webseite. Ja, es schaut schön aus. Aber ich habe gefragt, wegen Personen, die behindert sind mit Rollstuhl oder Gehhilfen. Nein. Denn die Bungalows, die sind alle auf zwei Etagen. Also, hier zum Beispiel jetzt nicht ebenerdig die Möglichkeit, in den Bungalow zu kommen. Ja, und von hier zum Strand sind es zu Fuß, ich sage jetzt mal, 20 Minuten. Mit dem Fahrrad in fünf Minuten ist man da. Also, genau hier vis-à-vis vom Hotel Dunas, Suites, Villas, Maspalomas Resort bei Dunas. So, und die Straße, die geht hier Richtung Denkmal Kolumbus. Und hier auf der linken Seite ist der Parque Toni Gallardo und die Anlage Esplendido. Ja, da habe ich mich doch entschlossen, hier den Weg zu nehmen. Der Berg, den mag ich jetzt nicht. So, und das ist also dann der kürzeste Weg, den ich jetzt auch fahre zum Strand. Von dem Club, den ich gerade gezeigt habe, hier vorbei am Esplendido, an der Dunasanlage. Und dann nur hier den Barranco folgen, an der Chalka vorbei zum Strand. So, und das Ganze jetzt, hier drüben sieht man auch jemanden, der einen Rollstuhl hat oder einen Rollwagen. Ja, und das liest man ja auch aus den Kommentaren immer raus, da sind welche, die Angst haben eben, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Und ja, vielleicht können die auch nicht mit dem Internet so umgehen und sich das Passende raussuchen. Aber ansonsten kann man auch bei der Eingabe, die manche sind blind und taub. Ja, morgen früh gibt es ein Video vom Meloneras-Abendvideo nach dem Besuch im Costa Meloneras unten im Café del Mar. Das ist auch ganz schön. Und in Vorbereitung natürlich auch die anderen Hotels. Am besten wäre natürlich bei Tag und dann eben auch bei Nacht. Die Conny bereitet jetzt auch ein Video wieder vor Essen über die Schulter geguckt. Ganz interessant, dass man da mal auch in die Küche gucken darf. Ihr Kanal Conny Canarias, ganz einfach zu finden. Oder bei mir in der Beschreibung dann eben auf den Link gehen. So, und unsere Schalker, die schaut natürlich auch wieder richtig gut aus. Jetzt ist Lebensraum genug und die Fische müssen nicht ums Überleben kämpfen hier. Ja, und wie gesagt, ein Tag ohne Strand ist ein schlechter Tag. Ja, und wenn ihr da mal auf ein Video vor Tagen guckt, da ist der Unterschied an diesen beiden Bäumen ganz deutlich zu sehen. Die haben vollkommen aus dem Wasser raus gesehen. So, mittlerweile ist es auch 12 Uhr. Wir haben 28 Grad hier und ja, der Strand belebt, aber nicht voll. Bei Weitem nicht. Da kommen immer noch Menschen, die anderen gehen. Und Platz ist für alle da, seht ihr selber. Ja, alleine hier sieht man auch die Familien liegen schön weit, die Handtücher auseinander. Also ich finde es alles sehr kultiviert, vorbildlich hier. Nicht nur hier am Strand, sondern generell. So, ich bin gerade angesprochen worden von ganz netten Menschen aus Holland. Die habe ich schon mal getroffen. Der Sohn ist jetzt auch angekommen. Und ja, mit dem Ehepaar habe ich vorher schon gesprochen. Und jetzt ist der Sohn auch noch da. Und genießt für eine Woche das herrliche Eiland. Und er sagt mir heute Morgen ganz früh, da war es richtig dunkel. Also nicht wegen der fehlenden Sonne, sondern es war ganz einfach hier eine richtig dicke Wolkenband, die ich heute Morgen natürlich nicht gesehen habe. So, und jetzt reicht es auch mit dem Wetter. Denn es gibt ja noch die Realität mit den Nachrichten. Und ich sage euch, das ist wunderschön hier im Wasser zu stehen. Ich sage, macht's gut. Schönen Sonntag noch. Bleibt gesund. Und bis dann. Bis dann.